Die Stadt Aalen entwickelte sich mit der Eröffnung der Köln-Mintener Eisenbahnstrecke ab 1847 von einer Ackerbürgergemeinde hin zu einer florierenden Industriestadt. Einen zweiten Entwicklungsschub brachte zu Beginn des 20. Jahrhunderts der Bergbau. Mit dem erfolgreichen Abteufen der Schächte 1 und 2 der Zeche Westfalen setzte ab September 1911 der Bau der Zechensiedlung im englischen Gartenstadtideal ein, um Arbeiter zu motivieren, nach Aalen zu kommen. Es wurden bis Mitte der 1920er Jahre im Endausbau 1094 Arbeiter und 170 Beamtenwohnungen angelegt, welche als Werksiedlung der Zeche dienten. Wir haben heute Marianne Schröder hier zu Gast bei uns im Studio. Ich freue mich, dass Sie heute hierher gekommen sind. Erzählen Sie mal, wo sind Sie eigentlich geboren? In Aalen. In Aalen. Und wo? Im Krankenhaus oder zu Hause? Zuhause. Früher gab es Krankenhaus. Und was wissen Sie so von Ihrer Geburt? Was hat Ihre Mutter erzählt? Geburt? Ich bin ein bisschen spät geboren. Meine Mutter war schon ein bisschen älter. Aha. Und so, außer der Reihe, war nichts. Wie war denn eigentlich Ihre Kindheit? Haben Sie viel draußen gespielt oder mussten Sie viel der Mutter helfen? Wie war das? Wir haben draußen gespielt. Früher konnte man noch draußen spielen. In der Kolonie war ja alles offen. War ja keine Hecke, war ja alles offen. Ja, Hinkelstein und Schlagball und was ja Guckuck, was wir alle gespielt haben. Und wie war das? Hatten Sie viele Freundinnen und Freunde? Wie war das? Ja, Freunde hatte man genug, ja. Es waren Kinder auch im Ekelshof, die wir zusammen waren, zur Schule gegangen sind. Natürlich war Krieg. War nicht so einfach. Was war nicht so einfach im Krieg? Zur Schule zu gehen. Wenn wir zur Schule gegangen sind und die Kiefieger kamen, mussten Sie in die Hecke oder im Bunker auf dem Glückaufplatz. Haben Sie täglich? Wir hatten so einen Laufbunker und da sind wir dann reingegangen. Haben Sie täglich mit Angst gelebt? In der Zeit schon, ja. Und wie kann man sich das vorstellen? War es so, dass Sie, Sie haben gespielt irgendetwas und plötzlich? Ja, dann kam Alarm und dann musste man schnell nach Hause laufen. Und dann hatten wir auch Schulfrei. Wir hatten ja schon, wenn in der Schule dann Voralarm war, haben sie uns nach Hause geschickt. Manchmal war man schnell, manchmal war man nicht so schnell, je nachdem wie die Flieger kamen. Sind denn in Aalen Bomben gefallen? Ja, reichlich. Auch in die Zechensiedlung rein? Ja, reichlich. Die Humboldtstraße, also sind viele Bomben gefahren und Kesselstraße, Förderweg, die Ecke, ja, die war schon gebombt. Waren denn Häuser zerstört? Ja, auch. Und wie lange hat das dann gedauert, die wieder aufzubauen? Haben Sie die sofort wieder aufgebaut oder blieben die erstmal? Oh Gott, das hat Jahre gedauert, bis das wieder fertig gemacht wurde, alles, ne. Oder die neu aufgebaut wurden, ja, das ist klar. Aber doch, doch, wir hatten Glück, wo wir gewohnt haben, dass wir davon gekommen sind. Okay, und wenn Sie, dann sind Sie in Ruinen groß geworden, ist das so? Ja. Also Sie haben viel mit Zerstörung zu tun gehabt. Ja, ja. Ja, und dann gab es früher Kinderlandverschickung. Was war das? Kinderlandverschickung. Ja. Ja, da wurden sie nach Bayern geschickt oder irgendwo, wo nicht so viel Krieg war. Ja. Und wer wollte, konnte, und wer nicht wollte, brauchte nicht. Und wie war es bei Ihnen? Nein. Mein Vater wollte das nicht. Wie war das eigentlich für Sie, in die Schule zu gehen? Haben Sie Lust darauf gehabt? Ja. So was hast du ja nicht Lust darauf gehabt. Man musste doch zur Schule. Hallo? Wo? Und zu, bei welchen Fächern haben Sie Spaß gehabt? Oh Gott. Was gab es überhaupt? Nein, da fragen Sie lieber nicht. Was gab es überhaupt für Fächer? Ja, genau wie heute. Ja? Deutsch, Mathe. Mathe, ja. Ja, natürlich. Und wo tendierten Sie eher hin, zu Mathe oder zu Deutsch? Was hat Ihnen... Deutsch. Deutsch, okay. Okay. Und was hat Ihnen an Deutsch Spaß gemacht? Ja, Fehler freischreiben. Aha. Und das hat sich beibehalten, bis heute. Hoffe ich, dass es so bleibt. Früher war es ja noch so, dass man als Frau keinen Berufswunsch hatte, oder? Man wurde Mutter. Oder war das bei Ihnen anders? Hatten Sie... Wollten Sie irgendetwas werden? Ich wollte etwas werden, aber früher gab es, wenn man aus der Schule kam, musste man ja Pflichtjahr machen. Kennt ihr nicht? Nee. Pflichtjahr. Ich bin ein bisschen dünner als sie. Noch nie von gehört. Da musste man ein halbes Jahr Pflichtjahr machen beim Bauern oder irgendwo im Haushalt helfen und so. Und dann hat man eine Lehrstelle gekriegt. Und wenn man das nicht hatte, hat man keine Lehrstelle gekriegt. Aha. Okay. Aber da ich einen guten Doktor hatte, habe ich dann eine Lehrstelle gekriegt. Aha. Okay. Ja. Und was haben Sie gelernt? Bei Bäckerei Helm, Bäckereifachverkäuferin. Aha. Und diesen Beruf haben Sie dann wie viele Jahre ausgeübt? Den habe ich, bis ich geheiratet habe, ausgeübt und dann so zwischendurch mal ausgeholfen. Wo haben Sie eigentlich Ihren Mann kennengelernt? Im Schützenhof. Schützenhof. Erzählen Sie, ich weiß nicht so viel darüber, über den Schützenhof. Ja, das war ein Tanzabend und da haben wir uns kennengelernt. Und dann? Im Schützenhof. Und dann? Dann haben Sie sich sofort verabredet und haben sich dann täglich getroffen. Ich weiß es nicht. Ja, täglich. Mein lieber Mann, wer konnte sich früher täglich treffen? Die waren nicht so gut wie heute. Da musste man schon mal arbeiten. Und dann am Wochenende haben Sie sich wieder getroffen? Schon mal getroffen, ja. Und Ihr Mann hatte auch was mit der Zeche zu tun, ne? Ja. Was hat er gemacht beruflich da? In der Schmiede. Der ist auf der Zeche angefangen, gelernt hat er Bäcker. Ah. Und dann, wie eine schlechte Zeit war damals, dann sind sie alle auf der Zeche angefangen, ne? Aber da hat man gut verdient, ne? Hat man gut verdient und es gab da Essen oder Essenmarken oder was für was. Der Kuckuck hat alle... Und bei der Siedlung war es ja dann auch so, Ihnen... Das waren Zechenhäuser. Und Sie haben dann zur Miete in den Zechenhäusern gelebt. Und die Miete war wie hoch? 25 D-Mark. 25 D-Mark. Pro Monat? 25 D-Mark? Ja. 25. Für wieviel Quadratmeter denn? Wieviel haben die? 60, 70? Weiß ich nicht. Aha. Also es war günstiger als in anderen Teilen von Aalen, oder? In der Zeche Siedlung zu haben. Ja, würde ich sagen, ja. Hat es eigentlich in Aalen nicht immer gerochen, wenn die Zeche da... Hat es nicht sehr streng gerochen in Aalen, als die Zeche noch da war? Ja, als die Guckerei noch da war, ja. Wo das Labor da war. Da war schon sehr schlechte Luft damals. Und merken Sie das heute noch, dass Sie da schlechte Luft gehabt haben? Ne, heute... Ja. Weiß ich nicht, ob das... Vielleicht hat sich das mit den Jahren... Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall wurden wir damals untersucht. Da kam einer mit dem Auto. Da wurden alle untersucht, wie sie Guckerei oder Labor dazu gemacht haben, ne. Da ist ja so viel Giftstoffe ausgekommen. Ja. Sonst weiß ich nicht. Ich auch nicht. Ich danke Ihnen für das Interview. Dankeschön.